hallo und willkommen zurück zu einer weiteren vorgels 19 hof bergmann bosse hat mal ein tag länger gekauft weil wir hatten das problem der bosse wo bist du dein name wird mir auf dem fußboden angezeigt ich verstecke mich vor dir ich merke bist unterm haus oder was ja ich verstecke mich hier unterm haus jetzt bist du hier wieder in diesem no fly hat tool links bums da unterwegs oder so wenn ich nicht verarschen wo sie jetzt hin jetzt sich deinen namen nicht mehr siehst ihn wieder das gras bewegt sich durch ein klopf zu verarschen ist jetzt hier ein unsichtbarkeit zum motto oder was jetzt bin ich aber eben deinen namen auf dem fußboden gesehen ja bist du in der küche nein ja sucht muss mir auch die sprünge helfen ich komme mal raus oder aus dem haus oder was ja ich komme mal raus na ja wie hast du das jetzt gemacht ja die mann die tür dann siehst du es ja und was für sich da jetzt also ein hilffenster da oben steht es ja wein keller wir haben ein wein keller geil ja wir haben wein keller tut mir leid den wein habe ich schon ausgesoffen das verheimlich die schon länger jetzt verstehe ich das hier verkauft sich die ganze zeit hier unten wenn ich auf dem feldacker was machst du auch nix 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 guck dir bloß dumm in der gegend rum eingelagerte apfelsaft ich gehe mal äpfel an habe ich schon eine kiste sind ja auch wieder äpfel dran letztens habe ich geguckt da waren ja noch keine äpfel und wo haben wir kiste ich habe vergessen zu speichern nein ja wir bräuchten dann aber auch noch den apfelschredder den apfelschredder den gibt es doch bestimmt im shop im shop produktionsgeräte da war da wusste nie die buttermaschine schuss master oder was diesen herstellen von apfelsaft holzfass also brauche holzfässer auch noch bevor wir damit starten mit meine mit einem baum kommen glaube ich nicht weit oder müssen wir uns ja sicherlich die obstplantage kaufen abwarten 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 apropos abwarten ich gehe mal eben gucken was 19.000 liter getreide strot haben wir schon wieder das ist noch nicht mal ein anhänger von es reicht aber um unser dings voll zu machen oder wie gesagt wenn ihr der preis für schweinefutter 3 3.100 und steigt noch alter aber händler hat noch zu 3100 ich fahre ich fahre getreide schroth und ich wollte auch gerade hoch aber brauchen wir nicht zu zweit hoch fahren doch warte warte wo bist du denn da umschalt nicht 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 die steuerung aber macht erst um neun auf ne die getreide ich bin doch gerade da gewesen so aber noch stark der preis na ja 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 wir müssen auch noch produzieren mensch jetzt sieht sie hier neben mir auch noch kann doch mal schneller wir möchten ja weiß ich dann raus so laufen ist mein träger ja du bist das dein träger steht da dein name drin ja siehst du das da auf dem lenkrad da steht fände und ich wusste nicht dass du fände da ist guck mal kannst du kannst das auf meiner mütze lesen fände kann ich nicht besitzen schräg vor mir da kann ich das nicht lesen fände ist wenn es enthält die trägt aber fände fahren und ich weiß gar nicht was bei mir auch wenn wir zu draufstehen und gasten und gruppe auftragen wieso dass du darfst nur die gewichte haben so habe ich abgurten zeichen drauf oder was ja okay ich hätte er noch mit der reine also sagt das war der freundliche jemals für dich auszusteigen ja ja ich beschwere mich bei der gewerkschaft wenn die gewerkschaft fahre ich denn hier ran es liegt nur daran mal neben mir sitzt ja ja sagen alle anfänger beim rückwärts schieben weiter nehmen der zu viel der war zu lange im weinkeller ja da war ja nichts mehr drin hatte ich erst alle ausgeleckt aus dem fach da war ja nichts mehr drin der alkohol ist der alkohol ist wenn er mal ein geist kollegen hier vorne wurde mit drei millionen hinterher umschleudern und seine arme keine hause kiste die befüllung dauert aber länger als die produktion scheiße jetzt haben wir nicht genug mehl wir haben ja noch ein bisschen was ist ja noch drin und wir haben ja knapp habe gar nicht geguckt 80.000 70.000 das sind ja schon zwei anhänger freunde die millionen reizt noch nicht aber dann würde ich sonst noch steigt der preis ja 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 aber so hoch war der noch nie war bei 2829 hat man schon 3100 also das ist ja hätten wir jetzt mehr mehl die nächsten kartoffeln kommen wir auch schon wieder ja ja den holen und roda typen ja auch mal ja auch noch die die erstimmt die sind ja auch fast leer ich glaube die sind sowas schon erntereif werden holen oder kauf sie nein wir wollen die millionen knacken ruhig mal aber kartoffeln reichen noch dicke die reichen nicht aber es ist mal das leckt ja hier bei mir heute was ist denn da los der miete ich jetzt ein ruder ja ja jetzt war ich auch noch vorbei das leckt bei mir hier gerade das ist wahnsinn ich habe jenseits von gut und böse hier heute hältst du den preis nebenbei im auge ja ich halte wir haben fast drei anhänger vor ich stelle dir den vent gleich ans feld mit der oja ein träger wieder hast ja kennst du mal waschen ist das überhaupt reif wenn ich mir jetzt gar nicht verkauft habe wenn es rot ist ist es reif mach keinen ärger also wenn ich jetzt auf und kraut entfernen drücke ist das ganze feld roh dann heißt es muss geflücht werden muss bei wachstum gucken mensch das muss wenn wir das geflücht werden ne das muss nicht und kraut entfernen steht da wenn man unkraut entfernen kraut entfernen nicht unkraut menschens kind das heißt normalerweise wenn du mal im anhänger oder fährst musst du vorher mit dem krautschläge drüber die pflanzen weg und dann buddelst du die kartoffeln aus und das macht der ja alleine der hat ja vorne der das ist ein vollerunter der hat ja der ist ist reif du kannst ernten du bist doch hier von uns beiden derjenige welche der auf dem land arbeitet ich brauche noch keine kartoffeln an oh mann eben zweimal quer machen und dann kann er hier hoch runter fahren wenn du zweimal quer gemacht hast dann kannst du glaube ich auch schon absanken es tut uns leid aber ich muss jetzt wieder kartoffeln waren ja ich muss jetzt hier wieder schweinefutter herstellen ach der hat schon wieder stimmt wir hatten den server neu gestartet und nämlich gerade warum ich hier muss ich den wieder umstellen auf knicklenkung oder gerade weiß ich gar nicht ob der das sowieso alleine macht ganz nur einstellen leck modus ja welchen hast du jetzt gerade stur also dass die jeder hinten und vorne lenken aber nicht klicken und was gibt es noch habe ich nicht teste gerade weil ich fahr gerade dann gibt es den knicklenk modus dann gibt es den hundegang und der hundegang ist ja seitlich fahren und irgendwie noch anders so einen anderen teil nö das ist ja wieder anfangen dann macht den standard dann rüttelt er zwar ein bisschen hin und her aber er fängt sich schon wieder ey was ist denn hier los heute da war alle überlastet oder was wenn ihr euch jetzt wundert warum ich jetzt hier das hilfsfenster offen habe ich wir 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 tasten uns hier immer so ein bisschen ran was den füllstand angeht wir versuchen halt aus dem getreideschrot das maximalste an schweifern machen dazu müsste ich mir jetzt mal anmelden dann legen wir schnell los immer ja schon ihr merkt hier ist alles live hier ist nichts geschnitten geht runter der preis oder ist fest oder was das ist aber das ist ein preis den hätten wir bis jetzt noch nicht tun wir sind kartoffel millionär naja noch nicht ganz weißt du was im baum jetzt nur noch getreide an und kartoffeln machen wir die ganze zeit ja aber noch extremer zwei felder kartoffeln ich bitte dich so schnell verarbeitet er die scheiße da oben nicht dann suchen wir uns neuen futtermixer in der futtermixer verarbeitet das schnell genug und die getreide ich mach mal eben den editor auf wieso ich ändere die verarbeitungszeit ja gut danke dass du es im lesen machst dankeschön nein mache ich nicht ich schreibe mal an die an ganz immer bitte ihr wollen die millionäre werden erst vor kartoffeln kommt das ist sehr schön ich brauche sie da jetzt alles voll um noch mal darauf zurückzukommen hier wegen dem maximalen schweinefutter anteil aus den getreideschrot wir haben das ja sonst immer so gemacht eine schaufel getreideschrot zwei schaufeln kartoffeln da geht aber noch mehr in dem und wir können dann noch getreideschrot sparen wir sind immer so bei zweieinhalb fast drei schaufeln kartoffeln auf eine schaufel getreideschrot machte ich weg da ich muss kartoffeln holen ich muss kartoffeln abkippen scheiße abkippen ich kann jetzt ja auf dem hof auch rotzen nach dem kommt ja kein mensch mehr durch da lasst den anhänger ganz bitte so deine bucht ist wieder voll kaiser 3 sowieso nicht mehr produzieren ich muss gleich wegfahren schon überlegt ob ich mir den lkw runterhole da geht aber auch nicht so viel rein ist ja egal ich kann trotzdem brauchst du ein hänger und wenn ich mit dem lkw und einem hänger fahre dann ist das genauso viel sein ich glaube ja genau 30.000 naja dann kriege ich auch 60.000 rein und du brauchst dann trotzdem noch ein hänger ja das ist schon klar ist aber ich kann dann gleich mit zwei hängern fahren ich hole die demo hoch ich muss ja sowieso war dieser tag voll ist so das ganze ein bisschen dosiert hier rein schütten oder auch nicht wir werden mehr video eine million voll kriegen wir sind jetzt bei 500.000 wir müssen noch den anhänger konfigurieren geht noch was rein in den lkw meine ich da kostet 20 oder gut wenn du dazu sagst denke ich mal ich war mir ganz sicher jetzt ich jetzt ich jetzt ich 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 Da gehen nur 18.000 rein. Ist egal. Hauptsache, ich fahre nicht bloß mit einem Hänger. Kostet nur 13.000. So, das muss jetzt reichen. So, du bist schon... Wie bitte? Wo bist du mit dem? Ich baue gerade den Johnny ab. Achso. Meep, 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 meep. Ich baue gerade den Johnny ab. Ja, ich fahre schon wieder mit Tastatur anstatt mit dem... Geld, 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 Geld. Also wenn man unten dreimal quer macht, dann kommt er eigentlich gut zurecht hier unten. Das ist ja gut. Also da oben an zur Straße hin. Hoch, hoch, Anhänger läuft auch gerade voll. So, Anhänger, ähm, zweite Fuge kommt Kartoffeln. Zu reif eisen, ne? Ja. So, ich fahre mal los. Einmal durch die Schweineweide. Schweinesterrasen mal ab hier, der kommt weg. Die große Kartoffelproduktion und Mehlproduktion. Und Lagerfläche für Kartoffeln. Ja. Wir müssen doch mal mit Farmer Andy sprechen. So geht das nicht. Wir brauchen eine extra Version. Ein Preview. Wo hänge ich denn jetzt? Wo hänge ich denn jetzt? Das ist aber keine Lkw-Ausfahrt hier. So, die erste Bucht ist wieder voll. Mhm. Schön mit 83 über der Landstraße geheizt hier. Jawohl. Woher ist es? So. Schön mit 83 über die Schlager. So. Ich bin Kassel. So. So. So, um Kassel und Kassel. So. So. einweisen nachtest du und der nächste anhänger kommt sag mal hält sowohl mal an wie jeder kartoffel oder und voll hallo 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 ist gut kann man im regen ernten kartoffeln weiß ich nicht glaubt schon so damit sind die 600 voll jetzt kommt der große anhänger damit sind die 700 voll ein anhänger 93.000 lagerfläche lagerfläche für schweinefutter das ist noch das problem wollte ich nicht die zeit eigentlich unterdrehen bringt es gleich noch eine fuche weg aber selbstverständlich eine hast du glaube ich noch eine ist noch jetzt ja dann kann es wieder produzieren die folge ist erst mal vor ende für heute vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten mal schluss